Ja, Hallöchen, Tag zusammen, herzlich willkommen hier nochmal zurück aus Sky Defense & Co. und bei der neuen Bonus-Missionskarte bei Skyland Ananas, Swap Force. Ja, Soli ist denn an der Seite? Ja, wohl, hier, anwesend. Guten Tag. Moin. Ich bin jetzt mit der vierten Karte dran und ich probiere mich jetzt mal mit Pflanzen gegen Kuchen und lege dann hier mit auch gleich mal los. Viel Glück. Ja, danke. Gerne. Hm. So, mal sehen, was mich dort erwarten tut. Ich habe mal Nitro-Magnaschart draufgestellt. So. Chaos Schergen feiern ihre Invasion der Wolkenbruch-Inseln. Setze den Festlichkeiten ein Ende, indem du ihren ganzen Kuchen an die Schlingschlucker verfütterst. Hm, hm, hm. Sechs Kuchen. Bereit? Drei, zwei, eins, los. Ja, und wie ich bereit bin. Lass mich machen hier. So. Und Schubbis. Hm, lecker. 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 So, wo muss ich lang? Da hinten. Ich dachte, meine Güte, von den Dinger darf ich auch nicht getroffen werden. Nein. Ich möchte meinen EP multiplikatisches Stück nicht verlieren. So, jetzt habe ich mich an einen vorbeigelaufen. Äh, das kann ich mir sehen. Ja, ich weiß nicht, ob hier ist. Siehste. Hier ist doch was. Oh nein, jetzt habe ich Punkte verloren. Achtung, nein, nein, warte. Warte. Jetzt schieb, 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 schieb. Schieb, 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 schieb. Warte, warte, warte. Schieb, 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 schieb. So, rum. Warte. Glück gehabt. Ja, das kostet auch Zeit, ne? Ja. Das darf man ja alles nicht vergessen. Mache, ich gehe mal hier oben lang. Ja. Okay, die gibt es, glaube ich, nur zu essen. Da ist ja noch was. Ah, hier ist er ein Kuchen. So. Ne, hier scheint keiner zu sein. Hier ist ein Kuchen, oder siehst du nicht? Nein, ich meine Feinde. Ja, okay, aber ich muss ja nur sehen, was ich als erstes machen müsste. Ich muss ja jetzt erst mal da umschützen. Weg, warte, nein, was? Okay, das muss ich nicht noch machen. Ne, ja, klar, ich will ja ewig warten, das muss ja auch nicht sein. Oh, hier ist eine Plattform. Mach schneller. Ja, den heben mal. Drei Stück habe ich, dann müssen die nächsten drei hier drüben sein. Ja, da ist es. Da ist ja schon mal einer. So, weg hier. Nerv. So, äh, du schnarchst hier, ja, das geht aber nicht. Wie komme ich denn jetzt da lang? Du musst den Stein hier vorne erstmal wegschieben, damit du da hochkommst. Oh, verdammt. So, gehen jetzt. Mein Ding geht nicht weg. Äh, warum nicht? Ja, weiß ich doch nicht, warum nicht. Wo soll ich das wissen? Äh. Oh, na super, was ist denn das jetzt hier? Dann schieb mal den anderen da, den stehen wir noch da rum. Ah, Schalter. Achtung. Ja, ich weiß, aber ich habe nur noch mögliche Plakate von zwei. Ah, toll. Boah, das ist Mist, ich habe schon die Plakate verloren. Ja. Ich muss jetzt hier hoch. Äh, nee, das ist nur. Ich muss halt die Arten. Verdammt. So. Nur noch eine Minute. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. sind wirklich sehr in feierlauer ich bin mir sicher dass sie dir auch danken würden entsprechen könnten mit sicherheit das reicht bestimmt nur für ein stern ja leider auch nur mit einem stern ja okay kann man nichts ändern ja man kannst du versuchen zu verbessern so ok pflanzen gegen kuchen habe ich damit auch abgeschlossen und ja okay denn jetzt mal wieder rein wenn soll denn die nächste macht was sie machen du weiß ich noch nicht und aber es war eine willkommene abwechslung denke ich mal ich hoffe ihr habt spaß dabei das zu sehen sind kurze videos und dann also wenn ihr lust habt entscheidet einfach nicht mal wieder ein tschüss sagt solli und tinkerbell natürlich bye bye